Also aus unserer Sicht sind die Sea Devils eine wunderbare Ergänzung zu den möglichen Veranstaltungen hier in der emotionalsten Immobilie der Stadt. Wir freuen uns sehr. Grundsätzlich sind wir natürlich der Meinung, dass wir das schönste Stadion in Deutschland sind und deswegen auch einen ganz besonderen Rahmen bilden können für American Football. Und können zumindest allen Bremern sagen, die mal keinen Fußball schauen wollen, dass das genau der richtige Zeitpunkt ist, um mal das Stadion zu besuchen und sich einfach auch diesem Sport und der Faszination vom American Football als auch der, ich sag jetzt mal, diese Atmosphäre vor dem Spiel und der Tailgate Party auf den Parkplätzen einfach mal hinzugeben. Die Atmosphäre in so großen Stadien ist gleich eine ganz andere, weil du auch einfach mehr Fläche hast und Möglichkeiten hast, nicht nur ein professionelles Produkt im Stadion auf dem Rasen zu zaubern, sondern weil du auch vor dem Stadion diesen Lifestyle oder diese Lebenseinstellung Football sozusagen mitbringen kannst. Für das Thema American Football ist es jetzt einfach ein perfekter Zeitpunkt für uns, weil wir unmittelbar nach dem Spiel dann in die Renovierungsmaßnahmen für den Rasen gehen. Und insofern war eigentlich relativ schnell eine hohe Bereitschaft auf allen Seiten da, das zu probieren, auch weil wir, glaube ich, alle Player davon überzeugen konnten, dass es sich lohnt, das zu wagen, weil wir auch fest an das Veranstaltungsformat glauben. Wir in der Saison natürlich schon Probleme hätten, wenn wir jetzt ein American Football-Spiel in der normalen Saison hier abbilden können, denn wie Sie wissen, ist gerade bei uns in unserem Stadion die Mannschaft ja auch relativ häufig zu Gast mit Trainingseinheiten und in dem Fall sind wir sogar Spitzenreiter. Und das wird es dann auch von der Kennzeichnung, von den Linien und von den Spielfeldmarkierungen sicherlich ein bisschen schwierig machen. Grundsätzlich freuen wir uns natürlich, dass wir die in der sportlichen Entwicklung so stehen, dass wir nicht nach unten gucken müssen, dass wir schon mal kein Relegationsspiel noch haben, sodass wir eigentlich in einem entspannten Zeitrahmen das Ganze umbauen können, auch wenn alle anderen Kollegen natürlich auch für den Fall, dass es nicht so gut gelaufen wäre, in der Lage gewesen wären, das entsprechend umzubauen. Haben wir nach dem letzten Spieltag ja eine Konfiguration, dass sämtliche Fußball-Utensilien quasi entfernt sind, sodass wir dann alle für den American Football notwendigen Maßnahmen ergreifen können. Wir können die Tore einbauen, dann sprechen sich die Greenkeeper ab, bringen die entsprechenden Markierungen auf dem Feld an. Wir bringen die entsprechenden Vorbereitungen für die jeweiligen Teams, die ja deutlich größer ausfallen als im Fußball, vor. Und dann sind wir eigentlich auch schon fertig, weil unsere Zuschauerränge sind da, wir haben eine wunderbare Kulisse. Ja, ich glaube ganz klassisch über den Superbowl. Ich weiß gar nicht mehr welchen, aber das ist jetzt glaube ich auch schon zehn Jahre her. Ja, und dann war halt auch die Übertragung immer größer dann in Deutschland und so hat man halt immer mehr geschaut. Ich finde es einfach faszinierend, den Sport, wenn man das dann live sieht, ist nochmal viel mehr als einen Ball fangen oder einen Ball werfen. Es sind so viele Facetten in dem Spiel, taktisch, die man halt auch im Fernsehen schwieriger sieht, finde ich. Ich bin gespannt, dieses Niveau hier zu sehen. Ich habe jetzt zweimal das Spiel live sehen können. Ich glaube, das ist ein Erlebnis, das in Deutschland vielleicht noch viel zu klein gehalten wird oder wurde bisher. Deswegen freue ich mich, dass wir halt auch so eine Bühne bieten können hier in Bremen und ich hoffe, dass ich auch das Spiel anschauen kann. Nee, ich habe da nicht das Bein, glaube ich, viel. Aber die Technik? Ja, ich glaube, das braucht man mehr als Technik. Es wird ja auch immer länger, die Versuche. Also vielleicht 30 Jahre kriege ich hin, aber danach wird es auch schwer, glaube ich. Ja, das ist schon gar nicht schlecht. Inside-Receiver, er muss natürlich dann ein paar Push-Ups und ein paar Kniebeugen vorher machen. Aber Inside-Receiver, Cornerback könnte auf jeden Fall spielen, das glaube ich schon. Tatsächlich noch nicht. Ich glaube, vielleicht werden sie es heute dann mitbekommen, die Mitspieler. Ich weiß es jetzt auch erst seit ein, zwei Wochen. Ich glaube, das hatten wir jetzt nicht so auf dem Schirm bisher. Aber ja, also wir haben schon einige Jungs, die sehr gerne Football schauen. Es ist halt im Urlaub. Mal schauen, kann ich jetzt nicht sagen, ob wir da alle dann zusammenkommen aus dem Urlaub, um das Spiel zu schauen. Aber generell haben wir schon einige Jungs, die auf jeden Fall dabei wären.